Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe heute zwei semi-neue Pfeifen für euch am Start, wo es sich aber trotzdem lohnt, ein Video zuzumachen. Und zwar ist es einmal die A36 und einmal die A46. Zwei neue Modelle von Aladin, die sozusagen wie ein Facelift bei einem Auto für eine Pfeife sind. Ja, ich habe schon die A36 für euch hier an, auch mit dem passenden Aladin-Kopf. Da gibt es nämlich gleich auch noch News zu einem Code. Aber die A36 und die A46, die ich hier schon vor mir stehen habe, einmal offiziell Startpreis für 89,90 und 99 Euro, sind also nicht unbedingt teurer als die Vorgängermodelle. Allerdings findet man die Vorgängermodelle hier und da doch mal in einem Angebot. Die A36 kennen wir praktisch schon als die Aladin MVP 360, aber wir haben eine neue Bowl und wir haben eine neue Rauchsäule am Start. Genau dasselbe haben wir auch bei der A46. Das ist eigentlich eine MVP 460, aber mit einer neuen Bowl und mit einer neuen Rauchsäule. Warum mache ich trotzdem nochmal ein Video zu der Pfeife? Ganz einfach, ich finde immer noch, die MVP-Reihe von Aladin ist eine der besten Empfehlungen für Leute, die wenig Geld ausgeben wollen, aber trotzdem eine hervorragende Shisha haben wollen. Und da sind die zwei für mich eben ganz, ganz weit oben auf der Liste. Beide haben ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wenn die erstmal hier und da noch im Angebot am Start sind, dann sind die doch schon sehr, sehr interessant. Speaking of Angebot, wenn ihr euch eine von den beiden Pfeifen im Aladin Shisha Shop holen wollt, könnt ihr, wenn ihr euch den Aladin-Kopf mit in den Warenkorb legt und dann den Code SWGK eingebt, den Kopf noch umsonst dazu bekommen oder ihr legt euch das Aladin-Carbon-Mundstück mit in den Warenkorb, gebt SWGC mit ein und bekommt das Carbon-Mundstück noch for free. Das Carbon-Mundstück würde nochmal 25 Euro kosten, bekommt ihr dann aber kostenlos dazu. Wenn man das als Rabatt dann mit in den Pfeifenpreis einrechnet, ist das schon eine ganz nette Sache. Auch wenn der Kopf theoretisch 5 Euro weniger kostet als das Carbon-Mundstück, würde ich persönlich, glaube ich, lieber den Kopf nehmen. Performance ist okay, Optik ist in Ordnung, ist jetzt nicht der schönste Kopf der Welt, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Kostenloser Funnel obendrauf, der nett läuft, ist was Gutes. Ich würde sagen, wir hangeln uns so ein bisschen an den normalen Review-Punkten entlang. Allerdings werde ich mich immer wieder auch auf mein Review zu der Aladin MVP 360 beziehen. Angefangen mit der Verarbeitung. Die Verarbeitung ist für diesen Preispunkt hervorragend. Kann man nicht meckern. Wir haben Edelstahl, wir haben Closed Chamber, wir haben 18.8er Schlauchanschlüsse. Es ist eigentlich alles mit dabei, was man verlangen kann. Wir haben noch einen verstellbaren Diffusor, der Teller hat noch einen Schliff. Das passt alles. Die Verarbeitung ist jetzt natürlich nicht auf Aeon und Stimulation Niveau, aber die Verarbeitung für unter 100 Euro ist halt schon sehr, sehr nice. Noch ganz wichtig, um es dazu zu erwähnen, die Pfeifen kommen natürlich wieder in einem Komplettset. Das heißt, ihr habt einen Standard-Kopf, einen Kaminaufsatz, einen Schlauch, ein Mundstück, eine Feder und eine Zange mit in dem Preis schon mit drin. Und dann potenziell eben noch einen von den Aladin-Funnels, wenn ihr es bei Aladin kauft. Long story short, die Verarbeitung ist wunderbar, vor allem für den Preis. Die Materialien sind nice gewählt und die Features sind nice gewählt. Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Design. Und da, finde ich, sieht man auf jeden Fall den größten Unterschied. Oder es ist auch einfach der größte Unterschied. Aber ich finde, die Modelle sehen auf jeden Fall nochmal ein bisschen moderner aus als die 360 und die 460. Da würde ich einfach sagen, guckt euch an, was euch besser gefällt. Weil das Geschmack ist immer Geschmackssache. Also, was euch besser gefällt, könnt nur ihr wissen. Da müsst ihr euch einfach aussuchen. Finde ich jetzt die Aladin MVP 360 schöner oder finde ich die neue A36 schöner. Und demnach könnt ihr es euch aussuchen. Rauchverhalten ist auch nahezu unverändert. Also, ich würde sagen, es ist komplett identisch. Ich habe auf jeden Fall keine Unterschiede bemerkt. Der Durchzug ist sehr, sehr gut. Vor allem für so eine kleine Pfeife und für so eine günstige Pfeife finde ich den sehr, sehr nice. Ich nehme jetzt mal einen kompletten Zug und dann seht ihr, wie lange es dauert. Das geht schon sehr, sehr fix. Ich würde dem Durchzug so 8 von 10 Punkten geben. Ist schon wirklich sehr nice der Durchzug. Schön getroffen. Diffusor funktioniert gut. Schön smoothes Verhalten. Könnte noch einen Ticken leiser sein, dafür, dass ich den Diffusor gerade komplett anhabe. Den kann man auf drei verschiedenen Stufen verstellen. Aber ich mag es so eigentlich immer noch sehr gerne. Bei der A46 ist das genau dasselbe Spiel. Durchzug ist identisch. Vom Anzug her merkt man trotz den 10 cm jetzt ehrlich gesagt keinen großen Unterschied. Mein persönlicher Favorite von den beiden ist auf jeden Fall die 36. Es kommt aber ehrlich gesagt einfach darauf an, ob ihr so eine kleine Pfeife haben wollt oder lieber eine etwas größere Pfeife. Ich bin da wie gesagt bei der kleineren. Das Bowl-Volumen ist ein bisschen kleiner. Der Anzug ist noch minimal direkter. Und das mag ich einfach sehr gerne. Also ich war ja schon von den ganzen MVP-Modellen von der 360, der 460, der 470, der 555 und so weiter sehr begeistert und war wirklich immer eine meiner liebsten Empfehlungen. Wenn mich jemand gefragt hat, ich will was für wenig Geld, aber was Gescheites, dann war die erste Anlaufstelle für mich immer die MVP. Und genau aus diesem Grund wollte ich auch das Video zu der A36 und zu der A46 machen, obwohl sie halt relativ nah an der 360 und an der 460 dran sind. Ich hoffe, das kleine Update zu den beiden Pfeifen hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das wäre sehr nice. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut. Eure Shisha WG.